Der Rundfunk Berlin-Brandenburg, RBB, hat seinen Vorsitz innerhalb der ARD aufgegeben. Die öffentliche Diskussion um in meinen Verantwortungsbereich fallende Entscheidungen und Abläufe im RBB berührt inzwischen auch die Belange der ARD, begründete Intendantin Patricia Schlesinger die Entscheidung. Die Geschäftsleitung und sie sehen ihre Hauptaufgabe nun darin, zu einer Aufklärung dieser Vorwürfe beizutragen. Die Intendantinnen und Intendanten begrüßen die Entscheidung des RBB. Bis zum Jahresende übernimmt der Westdeutsche Rundfunk, WDR, die laufenden Amtsgeschäfte der ARD. Untertitelung des ZDF, 2020